Bei der Tragerzeit wird sehr oft, kann man in verschiedenen Büchern lesen, braucht die Hündin viel Bewegung. Ja, sie braucht tatsächlich etwas Äckchen und so weiter. Sie muss weiterhin sich sehr wohl bewegen. Aber man sollte nicht ausgedehnte Spaziergänge machen, wo es immer wieder passieren kann, dass man fremde Hunde trifft. Sowohl Rüden nach der Deckakt in der Schwangerschaft nicht, aber vor allem Hündinnen nicht. Weil ich sage mal, bei all den Begegnungen mit fremden Hunden, die nicht zur eigenen Gruppe gehören, steigert sich der Stresspegel.